ja willkommen zurück naja willkommen zurück nicht wirklich ich spiele heute counter-strike nexon zombies das spiel was mir der liebe district bei unserem ersten battle rausgesucht hat weil ich verloren habe und ich merke jetzt schon das spiel ist ganz schön kacke also naja das spiel nicht aber ich bin ja wahrscheinlich im launcher die nicht wundern die auflösung von dem launcher ist so klein ich nehme jetzt hier trotzdem an ich bin level 1 ich habe in den optionen schon auf full hd gestellt aber das kommt wahrscheinlich nachher im spiel erst ja das würde ich sagen kann ich irgendwas ich habe keine ahnung was ich machen muss ich glaube wenn ich hier drauf gehe dann geht es los jetzt klicken wir mal drauf naja noch nein okay er sucht bin auf italy ja spiel beginn los ich darf das ganze jetzt die 15 minuten spielen deswegen habe ich schon time an und jetzt hoffe ich einfach mal dass da was passiert ah voll bild okay beitreten ich gehe mal als ziel team six rein ich habe keine ahnung was ich machen kann leere ausrüstung kaufen aha jetzt passiert hier irgendwas ich will hier auch hoch lass mich hoch was kann ich jetzt hier machen also irgendwie habe ich keine ahnung was man hier machen muss ich knall einfach mal irgendwas ab wenn ich gleich denke das ist ein zombie oder sowas ich weiß echt nicht was man machen muss ich habe nur eine pistole dabei das ist gelaufen aber das hat sich ungesund angehört achso ich habe den schall einfach gar nicht drauf gehabt nachladen ey ohne spaß dieses spiel ja macht mega fun nicht ich weiß nicht was ich machen muss muss ich die jetzt killen kann ich hier machen ey ach wir müssen die vorratskisten aufnehmen hochinteressant warum habe ich nur eine pistole dabei richtig richtig schlecht ist ja cs abbrechen na egal what the fuck kann ich den jetzt aufnehmen ja ich würde gern das hier kaufen ja wie kann ich das jetzt kaufen naja haben wir wenigstens shotgun ich habe keine ahnung was man machen muss dass das überhaupt jemand spielt ist ja so sowohl schrotfläche funktioniert wenigstens schon mal warum ist mein bildschirm grün warum kann man hier nicht durchgehen ich würde da durchgehen können ja ohne spaß dieses spiel ja wenn man wenigstens abknallen könnte aha wir haben also gewonnen und ich habe keine ahnung wie naja zum glück haben wir schon drei minuten 33 gespielt ok team kill geht also nicht aha wo sind die da vorne lass mich da auch mal schießen jungs oh ok ich bin zombie lass mich mal wieder durch ja jawohl ein hammer ja natürlich dieses spiel gell holt euch alle kostenlos bestes spiel auf der welt was die kammer ach stimmt dass er die mehr war der keller hier sieht ein bisschen anders aus als im csco ja da können wir auch nicht durch ich würde dann wieder zurück gehen bitte alter attack jawohl ich hab sie wunderschön was ich wurde gemessert ich habe jemanden geholt das war aber ich würde mir berg er wird hören die lappen treffen alle nicht jetzt treffen sie ja ich muss da irgendwie hochkommen ich probiere es jetzt mal weiter ach ich kann springen aber nicht so gut hallo der fette kollege hier das ziel spielt sie verstehe es irgendwie nicht kaputt machen kann ich nicht nein kann ich die pistole als doppelt das wäre doch mal was pistole aufheben als zombie jawohl ich habe ihn sehr schön also einfach weiter laufen wenn die auf einen schießen da oben sind die letzten dann gehen wir mal ganz kurz zurück er lassen wir durch halte ich muss wieder hoch muss ja dran gewöhnen dass die karte hier komplett anders ist also es leben noch zwei humans wenn ich es richtig sehe ja sobald das mal nach oben ist es gut obwohl zombies wollen deswegen war auch eben nichts los hier bin ich voll gewundert was können wir kaufen ich hätte gerne mal ne ja warum habe ich jetzt nichts warum starte ich jetzt als zombie das war langweilig wir werden es schaffen komm 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 und den auch noch und hier oben los kommt ja meine freunde ihr wollt es doch alle lass mich komm 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 Jetzt bin ich draufgegangen, ne, ich bin nicht draufgegangen, bin runtergefallen. Wir verstecken uns einfach mal hinter dem fetten hier. Jawohl, den haben wir, nice. Ah, jetzt sieht er da oben auf dem Balkon, sind da alle? Da sind zwei auf jeden Fall, hm. Können wir auf jeden Fall gleich unten umgehen, geht schneller. Ich wäre mal gern ein Mensch, ich will kein Zombie sein. Zombie sein ist langweilig. Und dem Spiel. Ach, jawoll, ach, ich wäre gerade fast hochgekommen. Wunderschön. Ohne Spaß. Was für ein hässlicher Buckel da vorne. Und nein, ich kann jetzt nicht spielen, ich muss noch diese geile Aufnahme hier fertig machen. Ja, komm. Wo ist denn... Ey, jetzt bin ich hier oben, es ist hier niemand mehr. Wollen wir mich verarschen. Zombie win. Zombie ist högro. Okay, komm los, wir wollen... Jawohl, genau das will ich. 13 Sekunden, jetzt will ich ja mal als Mensch spielen und weh, ich werde wieder Zombie. 3, 2, 1... Ich will da hoch. Lass mich hoch. Ich fotzen. Wo sind die Zombies? Muss auf jeden Fall aufpassen. Oh mein Gott. Granate. Boah, gleich bald ist es vorbei, 4 Minuten noch. Wo kommen die Zombies? Ich habe noch keine Zombies. Oder da hinten. Los, wir helfen dir. Erstmal nachladen. Warum leuchten die alle so komisch? Ich verstehe es nicht. Oh, ich glaube Zombies unter uns. Hm. Das sind die Kollegen. Da vorne sind Zombies. Lass mich helfen. Ich kann das Spiel doch so gut. Ohne Spaß. Außer reinhalten kann man da nichts machen, oder? Außer reinhalten kann man da nichts machen, oder? Ohne Spaß, außer reinhalten kann man da nichts machen, oder? Komm, der kriegt auch noch einmal einen in die Fresse. Bevor ich verstehe es nicht, was mir machen muss. Und so. Kann ich irgendwas, kann ich einen Tag machen? Ich kann schnell laufen, und sonst kann ich noch das da hier. Wahrscheinlich irgendwie Schutzschild oder sowas aufnehmen. Keine Ahnung. Ah, da hinten, die brauchen Hilfe. Feuer. Mallbooster, Stufe 8. Da unten ist einer langgelaufen. Ich habe es genau gesehen. Was was da denn? Ey, der hat einen MG36, geil. Will ich auch haben. Was hat der? Er hat es gleich wie ich. Oh, da vorne. Der hat Mini-Gun. Spaß wahrscheinlich irgendwie Level 5 Milliarden. Das sind hobbylose Kinder, die sowas spielen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ah, 13 Minuten. Gleich kann ich disconnecten. Ich freue mich schon. Ne, das ist ein Teamkollege. Das ist auch ein Teamkollege. Ich habe nur noch 75 Schuss. Ich muss aufpassen. Ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen Pistole. Diegel. Na, ich habe Diegel gesagt. Mit Diegel ist gut. Aber das Fadenkreuz ist genauso kacke. Unglaublich. Kann man gerne mal schön auf den Kopf aimen. So eine Scheiße. Es gibt nur noch einen Zombie. Wo ist der? Komm den Gemäser suchen. Den piste ich um. Ah, da wird überhaupt nichts returnen. Wo sind die Zombies? Ich will da hoch. Da rein. Dankeschön. Lieber nochmal SMG in die Hand. Close Combat. Ja, da vorne irgendwie. Okay, gut. Ah, scheiße. Ich muss noch eine Minute. Da kommt wenigstens neue Runde. Was kann man denn? Probieren wir mal. Gewehre. Ja, komm, wir probieren die jetzt hier. Die Autosniper, oder? Jawohl. Ich verstecke mich hier drin. Ah, ne. Ich habe eine Autosniper. Dome Idee. Go. Ach, komm. Bin jetzt schon wieder ich Zombie. Du löscht mich jetzt hier durch. Komm. Komm, du löscht mich auch durch. Jawohl. Komm, denn hier oben kriegen wir auch noch. Oder ist der schon tot? Ah, der ist schon Zombie. Zehn Sekunden noch, dann disconnecte ich aber instant. Los. Eine Sekunde noch. Jawohl, ich kann disconnecten. Escape. Ja, ne halt, ich sollte vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Worte überspielt sagen. Es ist scheiße. Definitiv. Ich habe keine Ahnung, was man mehr machen muss. Auf jeden Fall ein Lappenspiel. Da oben sind die Gegner. Mega die Granaten hier rumgeflogen. Und ja, da würde ich sagen, ich habe meine Bestrafung gespielt. Ich hoffe, das nächste Mal darf even. Unser lieber Distrikt. Ja, Zombie Elf Filgro. Wunderschön. Wenigstens bin ich hier der Skiller und habe allen gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.